t ht t 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 HbCdFghJklicleSt Es gibt kein Tagebuch Keine Kinder... Fähigkeit Sachbuch Ah wo krieg ein tagebuch her können am bücheregal oder computer gekauft werden versuche einen eintrag zu schreiben damit sich dein sinn verbessert schreiben mehr auswahl bestellung bücher sieht er von euch ein tagebuch ich weiß es nicht sieht ein tagebuch spion abenteuer blasenspiele oder kann ich noch gar kein tagebuch machen weil ich sehe hier auch keins gepunkteter tunnel komplex auf geht halt kalt duschen mir doch latte und dann spielen wir eine runde sims vorher bevor wir irgendwas verlieren so wie letztes mal und der typ hat einfach nur herumrollen ist halt sie sagen dass die postbote noch nicht du bist du jetzt am spiel also als maul heute muss ich nicht arbeiten oder nein muss ich nicht gut so spaß ist jetzt mal hoch ein schräger humor festival ein schräger schwarzer humor ein dritter zuschauer ich glaube es kaum selber aber ich sage hallo auch noch ein zuschauer läuft so video spielen ich gehe auf klo ich gehe auf klo ich gehe pennen was qualpen da aus meinem schrank so gleich hat er hunger können dir ein salat hausaufgaben machen kannst du direkt mal machen schaffe ich die noch spüren kannst du später alter und dann schaffe ich sie nicht mehr oder schaffe ich nicht im dienstag das heißt ich muss heute wieder arbeiten und auch zur schule so spaß soziell gut wenn wir wieder da sind kommt ich muss irgendwie geld verdienen ich schreibe einfach mal ein genre buch über kinder über inder so gegen strategie da der jetzt ziemlich gute noten hat wurde er vor kurzem von ein paar mitschüler gehänselt soll er sich auf intelligente weise rächen oder sie wird 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 gehört zur bucking zwei kandidaten er konnte versuchen noch mehr aus sich raus zu holen hat programmierfähigkeiten erworben was habe ich als zweites ausgewählt er soll ein buch schreiben okay spiel spielen my sims go so gut dann mach mal da warum ich mein mikrofon nach liquid name des buches gute nacht nachtlicht scheiß drauf lassen wir so was ist denn hier los so spiel dein spiel da ist ausgezeichnet da ist ausgezeichnet was in circa einer stunde zur arbeit also so langsam könnt ihr mich dann aber auch mal gedingen sind befördern oder nicht so und auch zur arbeit und bei der arbeit mit kollegen kontakte knüpfen und fleißig arbeiten schaufenster deko kreatives design schon wieder baby popos so einmal kurz fleißig arbeiten beförderung befördert wurde befördert und ist jetzt verkaufsflächenangestellter er verdient jetzt 7 simoleons mehr 40 simoleons pro stunde bei vier stunden sind das 160 simoleons pro tag seine nächste geschicht beginnt am mittwoch ja klar jetzt ist er inspiriert und jetzt geht er pennen oder was so danach gehst du mal schön duschen ja struber struber so wenn der spaß oben ist gehst du duschen dann gehst du aufs klo wie sieht es denn hier bei mir aus noch drei tage dann kann ich endlich erwachsen werden und richtig kohle scheffeln darf man noch was nehmen oh er muss auch noch hausaufgaben machen so spaß ist wieder im grünen bereich gut dann machen wir die anderen sachen noch so mal eben duschen wir singen ein lied dann snacken wir uns wieder mal einen salat in dem haus gibt es nichts anderes als salat dann mal eben den salat snacken hausaufgaben muss ich gar nicht anfangen wir können aber mit dem projekt hier anfangen weil hausaufgaben schaffe ich in zwei stunden nicht was eigentlich komisch ist weil jeder normale mensch schafft das himmel mit teleskop beobachten ich habe kein teleskop er muss in einer stunde zur schule gut von mir aus kann er machen und er muss zur schule so er ist okay er ist okay ja hätten wir geld für ein teleskop haben wir auch ein normales teleskop anscheinend nicht gut warum ich da immer noch einen kuchen habe weiß ich nicht anscheinend wieder buggy weil ich aber mal kurz mache speichern so damit wir wenigstens einen spielstand haben weil ich habe ja bis jetzt noch nichts gespeichert müde und spaß alter die beiden sachen bringen mich noch um aber es ist ja nicht mehr so weit da muss ich nicht mehr in die schule noch drei tage so ja dann geh doch pennen du sollst kein du sollst kein nickerchen machen du sollst was ist denn jetzt los er ist rebellisch und nur drauf vor allem verstecken alter are you fucking kidding me dann schlaf wenigstens auch in einer stunde zur arbeit aaaah knüpft lieber mit leuten kontakte haben wir irgendjemand neues eigentlich bekommen durch die arbeit eine brigitte liberty katrina travis summer hey ich hab doch die eine da die wo ich dachte jugendlich und so eine frage des preises ein kunde bitte david um zusätzliche informationen zu zwei verschiedenen dampfreinigern kennt beide marken hans dampf und dampf und kessel und sie sind beide da identisch bis auf den preis hilft einem kunden geld zu sparen oder dreht er ihm die teure marke an ja was soll ich machen soll ich im namen der firma oder im namen des kunden ich würde sagen günstige marke als verkäufer ist man schließlich dazu die kunden gut zu beraten empfiehlt die günstige marke und betont dass es keinerlei unterschiede in der funktion gäbe er zitierte sogar den werbeslogen des produktes der sauger der dir nicht das geld aus der tasche saugt der kunde so beeindruckt dass er ihn bei seinem boss lobt gut gemacht kleine leistungsverbesserung gut 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 so er hat wieder keinen spaß alter das kann doch alles nicht sein da kanal schauen komedy kanal so so zählt das auch wenn ich vor dem fernseher einpende zufällig er ist zu müde scheiße nein du was machst du denn da schlafen du sollst er schlafen und dann sollst du hausaufgaben machen so logisch oder nicht so so aufwachen hausaufgaben machen gerade erst begonnen diesmal sollten wir die hausaufgaben schaffen wir haben vier stunden zeit fast also dreieinhalb eigentlich 25 prozent 50 prozent komm das schaffe ich so schaffe ich das nicht er macht sich einen salat noch zwei tage was futtert er da erbsen erbsen der geburtstag von david naht endlich endlich bis zur schule gut da juckt es mich am ohr hat das war's mit jucken am ohr deine gruppenmahlzeit zubereiten Schule ist vorbei ach du scheiße Gehen wir duschen, Freund. So, danach spielen wir noch eine Sportgeschissens. Ach ja, ich muss ja noch zur Arbeit.